zu regenerieren und einem Geist Klarheit und Harmonie zu schenken. All diese Kraft liegt in den Kristallen, die gebündelte Energien in sich tragen. Sie sind gleichzeitig auch die Ansammlungen von unendlich subtilen Schwingungen, die in perfekter Harmonie zur kosmischen Kraft stehen. Diese kosmische Kraft regiert das Weltall und auch die geistige Welt.